Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu unserem ganz zauberhaften, legendären Donnerstag. Ja, heute ist Dorfkneipentag und alle die, die gerade hier niegelnagelneu über unsere Community stolpern, ihr seid recht herzlich eingeladen am Stammtisch teilzunehmen. Tja, was ist denn das hier für ein Stammtisch? Es ist hier individuelle Dorfkneipe. Hier fliegen die Karten auf den Tisch und zwar Donnerstags, das ist ja so die absolute, das ist ja die Königsklasse der ganzen Woche. Also das ist ja so das Resümee der ganzen Woche. Donnerstags fliegen hier die Karten auf den Tisch und es geht hier rund um die Liebe. Und die Liebe ist ein seltsames Spiel oder Love is a Battlefield, ist Seelenpartner Battlefield und man nennt es auch den Prozess. Ja, wenn du zu den Menschen gehörst, die sich fragen, ob sie in einem Prozess sind, dann bist du in keinem, weil wenn du in einem Prozess bist, dann hast du keine Fragen mehr. Da fragst du, da ist nichts mehr, da ist nichts normal. Da stellst du keine Fragen, da hast du keine Fragen und da willst du auch gar keine Fragen mehr beantworten, weil es gibt keine Antwort. Es gibt keine Antwort, es gibt keine Lösung und weil es keine Lösung gibt, handelt es sich auch nicht um ein Problem. Und wenn es nicht um ein Problem handelt, weil jedes Problem hat ja eine Lösung, dann handelt es sich um einen Prozess. So einfach ist das. Der Prozess in wenigen Worten um den Punkt gebracht. Mann, da war ich jetzt aber echt gut drauf. So, heute mit dem Under the Roses Lonnement von Kendra Hurtow, Kendra Hurtow genau, und Katrina Hill nehmen wir heute. Dann kommt heute mit dazu der Runik-Tarot von Jack Sephiroth und Alan Dempster, das habe ich jetzt auch schon ganz gut drauf. Und natürlich die Mondrunen, die sind von mir, Yonanda Latoura. Wenn du Interesse hast an den Karten oder an den Runen, da gibt es Infos in der Infobox. Die Runen findest du im Shop, da ist der Link in der Infobox. Und verlinkt habe ich auf die Karten. Ihr findet also immer sämtliche Karten, mit denen ich lege und von denen ich demzufolge auch überzeugt bin, findet ihr in der Infobox. So, das kann schon mal alles nur Gutes sein. Und es ist natürlich das, da bin ich sehr, sehr dankbar, wo ich ganz einfach eine Genehmigung dafür habe, dass ich damit legen darf. Da bin ich so glücklich drüber, dass ich das darf. Das ist ja online immer ganz einfach. Das muss man auch mal dazu sagen. So, dann habe ich natürlich ein Käffchen am Start. Jetzt kann ich euch das Allerbeste vorraten. Am Wochenende. Am Wochenende erscheint hier bei mir, in the house, hier am Tisch, die weiße Tasse. Ja, da warten ja ganz viele voller Freude drauf. Und das ist die dritte im Bunde. Wir haben ja gestartet mit der schwarzen Tasse, dann kam die rote Tasse, dann kam die weiße Tasse. Zuerst habe ich ja eigentlich nur gedacht, ich mache eine schwarze Tasse, weil black is beautiful. Schwarz geht immer, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll als Frau. Schwarz tut es immer. Schwarz bist du immer gut gekleidet. Ich glaube, da brauchst du nicht mal viel. Also das berühmte kleine Schwarze, das ist ja auch nur so ein kleiner Fetzen. Aber du bist angezogen. Schwarz ist einfach eine total schöne Farbe. Und es wird ja gesagt, es wäre gar keine Farbe. So ein Blödsinn. Also schwarz, schwarz ist immer gängig. Ja, und dann war die schwarze Tasse fertig. Und dann kam der Impuls, machst du noch eine rote Tasse. Und dann war ja hier unser Wort des Jahres 2021 war ja, tja, kam die rote Tasse. Ja, und wenn es eine schwarze und eine rote gibt, also alle guten Dinge sind drei, da muss es natürlich auch eine weiße Tasse geben. Das war ja in dem Moment dann schon klar. Und die weiße Tasse, kann ich euch verraten, die ist wahrscheinlich mein Tassenmeisterwerk. Die hat nämlich eine Gravur, die hat den Lebensbaum, den ich gezeichnet habe und den habe ich einfach so gezeichnet. Ohne, den habe ich einfach, den habe ich einfach gezeichnet. Ohne, dass ich da irgendwie was hatte, wo ich gesagt habe, genau so soll es werden. Es kam so durch mich durch. Und da sind die Nornen mit drauf, die drei Nornen, wird dann die uns guld. Und der Lebensbaum, die stehen unterm Lebensbaum und die stellen die Verbindung her zwischen Himmel und Erde. Und ein wunderschöner Spruch steht im Innenleben der Tasse. Und auf der Rückseite ist auch noch eine Überraschung. Das verrate ich aber nicht. Das zeige ich euch dann nächste Woche. Da gibt es dann ein Video, wo ich euch diese weiße Tasse vorstelle. Und die ist wirklich ein Träumchen. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe sie ja noch nicht hier, aber ich kann euch verraten, sie ist schon bei der Conny. Und da die Conny und ich uns am Wochenende sehen, juhu, werde ich dann wahrscheinlich das ein oder andere Tränchen vordrücken. So ist das. Und für die, die ganz neu dabei sind, also wir sind ja hier auch in einem Community-Prozess. Wir wachsen hier miteinander und so sind auch die ganzen Tassen entstanden, so sind die Runen entstanden und so ist noch jemand entstanden. Da bin ich mal gespannt, ob er es heute schafft, hier einzumarschieren, ohne dass ihm der Heiligenschein verrutscht. Die Wetten dürfen jetzt abgeschlossen werden. Wird Siggi es schaffen, hier einzumarschieren, ohne dass sein Heiligenschein verrutscht. Dann wollen wir mal starten. Noch sitzt alles perfekt. Und das Ganze ohne drei Wettertaft. Stellt euch das immer vor. Aber es ist so stürmisch, es stürmt schon wieder. Wahrscheinlich bräuchte er mal so ein bisschen. Da klappt das vielleicht auch mit dem Heiligenschein. Es geht los. Das hat nicht geklappt. Siehst du, das muss man noch üben. Ihr habt doch gesehen, wie der Heiligenschein von den Fühlerchen gerutscht ist. Das ist Siggi, unser Held vom Erdbeerfeld. Ohne den geht Donners das natürlich gar nichts. Und Siggis ganz persönliche Geschichte ist ja, es geht ja bei ihm darum, wird er es jemals schaffen, das goldene Salatblatt zu erreichen. Das ist ja so sein großer Auftrag. Das ist sein persönlicher Prozess. Die Reise zum goldenen Salatblatt. Immer mal wieder schläft er ein, zieht sich zurück, glänzt durch Abwesenheit. Ja und irgendwann erwacht er dann mal wieder, kommt raus aus seiner Vertiefung und stellt erst mal fest, wer bin ich, wie bin ich, bin ich überhaupt? Und dann stellt er fest, oh ja, ich bin. Aber wo will ich hin und warum? Und dann fällt es ihm ein. Da war doch das goldene Salatblatt. Ja. Und das bist quasi du. Sagen wir es mal so. Ich meine, das ist das schönste Kompliment, was die einer machen kann. Du bist ein goldenes Salatblatt geworden. Das heißt, du bist nämlich ein Gerät. Du bist nicht irgendein Kopfsalat, grüner Salat oder noch bei so Endifien. Nein, du bist das goldene Salatblatt. Du bist das Salatblatt, das anders ist als alle anderen. Und deswegen bist du ja für Siggi, ja, sollte man meinen, teilweise unerreichbar. Das denkt er ja. Er denkt ja, er kann dich eh nicht haben. Deswegen wirft es ihn immer wieder auf sich selbst zurück. Und dann hat er ja noch so seine Prozesse. Also es gehört auch zu Siggis Geschichte. Und dann kretscht das so. Dir ganz oft in die Parade. Jetzt viele Siggis haben noch so ein kleines Verwicklungsproblem mit einer Schlange. Das kann natürlich eine Person sein. Es kann aber ganz einfach auch nur die Komplikation an sich sein. Ja, und da ist er jetzt gerade aktuell dabei, das Ganze aufzulösen und leicht zu machen. Und deswegen hat ja Siggi vor einigen Wochen die Schlange zu Grabe getragen, auf einem grünen Salatblatt wohlgemerkt. Und damit hat er sie dann verabschiedet. Und seitdem ist er ja im Luftschlangenprozess. Das ist nämlich im Übrigen sein Heiligenschein. Heute Silbern. Er hat auch einen schwarzen und einen weißen. Und er hat noch einige Versuche Zeit, um das Ganze in sich selbst aufzulösen. So. Siggi ist also da. Er hat es wieder nicht geschafft mit dem Heiligenschein. Aber gut, es ist ja alles eine Sache der Übung. Gut, ihr Lieben, fangen wir mal an. Genug der Damenworte, gell? Jetzt müsste sich auch jeder so halbwegs zurechtfinden, der neu hier ist. Jetzt hat man so ein kleines Update. Ich muss das immer mal zwischendurch machen, weil es biegt ja hier keiner mehr durch. Hier ist eine verdächtige Karte. Ja, ja. Ja, hallo. Jetzt fall auf. Ach ja. Die Entscheidung fiel schwer. Fällt sie jetzt auf den Tisch oder auch nicht? Die Wege sind gefallen. Ja. Stellt sich möglicherweise wieder mal einer die Frage. Soll ich oder soll ich nicht. Da sind wir wieder beim Gänzblümchen zupfen. Möglicherweise ist schon ein ganzes Hektar Land abgezupft. Naja. Es ist, wie es ist. So. Also, du als Zuschauer, Zuschauerin, du bist auf jeden Fall die Dame. Und dein Gegenüber? Siggi ist der Herr. Es sei denn, es gibt immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Es sei denn, du empfindest es ganz genau anderswo. Wenn du jetzt wirklich die Legung schaust und stellst fest, es ist andersrum, dann bitte nimmst du an. Denk daran, es ist eine allgemeine Kartenlegung, die auf dich zutreffen kann, aber nicht muss. So. Aber, wenn du sagst, ich bin hier hundertprozentig in Resonanz, dann kann es persönlicher nicht sein. Weil mehr als in Resonanz sein kann man nicht. Also jetzt stell dir mal vor, oh, hier löst sich eine Distanz. Schaut mal da. Der Turm und die Sonne. Das ist schon mal gut. Jetzt stellt euch mal vor, stell euch mal vor, machst irgendwo eine persönliche Kartenlegung und dann kriegst du ein Kartenblatt, bist aber überhaupt nicht in Resonanz. Ja, dann bist du halt nicht in Resonanz. Das kann dir auch bei einer persönlichen Legung passieren. Und wenn du eine persönliche Legung hast und bist in Resonanz, resonanzsicher geht es ja dann gar nicht. Es geht aber auch nicht resonanzsicher, wenn du jetzt hier in Resonanz bist, in einer allgemeinen Legung. Dann trifft es halt gerade auf dich zu. Dann bist du in der resonanzigsten Resonanz, die man haben kann. Und dann ist halt alles oftmals eine Frage der Geduld und eine Frage des Logobleibens. Jetzt haben wir hier das Haus und das Buch. Das sieht ja aus, als ob es hier bei dem einen oder anderen um Papierkram in Sachen Haus geht. Das ist jetzt erst mal überhaupt nichts. Also das toucht uns ja jetzt noch gar nicht. Wir wollen ja jetzt hier alles rund um die Liebe wissen. Vielleicht auch Heimlichkeiten in der Familie. Yes, nee. Da kann man aber ein pass aufmachen. So. Ihr da oben, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Das jenandische Kollektiv, namentlich das Rudel, ist bereit für die große Raubtierfütterung. Es kann losgehen. Das ist das Highlight der Woche. Es ist schon wieder eine Woche rum. Wir wollen hier gucken, was die Energien so machen. Also darum geht es uns. Es geht uns um Geselligkeit und Versammensein, weil Kartenleben ist gesellig. Wir wollen gucken, was die Energien so machen, ob sich was verändert hat. Wir hatten eigentlich die letzten Wochen konstante Kartenblätter und die Energie, die surft so auf einer speziellen Welle. Und das ist eine richtig gute Welle, weil es ist eine Welle der Begegnung. Im Moment sind viele Begegnungen möglich, wenn sie nicht sogar bestimmt sind. Wir wollen mal gucken, ob das immer noch so ist oder ob sich hier irgendwas verändert hat. Ja, wir wollen alles wissen rund um die Liebe. Für die, die auch eine Nachricht warten, wollen wir natürlich wissen, wird er sich melden? Ich spreche immer aus der Sicht von einer Frau, die auf den Mann schaut. Ihr dreht euch das bitte, wie es passt. Weil irgendwas muss ich ja sagen. Hier, die ist so auffällig. Ach ja, hier geht es vorwärts. Habe ich gerade gefragt, wird er sich melden? Schon mal das erste positive Zeichen. Hier wird er aktiv. Siggi geht ins Rennen. Ja, das wollen wir wissen. Wir wollen natürlich wissen, wie der Herr und die Dame in ihren Häusern liegen. Es geht genau darum, dass wir die Häuser mit deuten, Spiegelungen und Korrespondenzen. Wir wollen einfach wissen, wir wollen alles wissen, was man nur erfahren kann. So einfach ist das bei uns Frauen, gell? Wir wollen sowieso immer alles wissen. Also da gibt es eigentlich gar keine Fragen mehr. Hier geht es plötzlich. Ist die Sense rausgefallen? Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt gleich das Gefühl habe, nee, es ist doch, das ist es. Immer wenn das Gefühl da ist, dann muss man da echt gleich drauf springen. So, hier ist es. Zum Mitlegen. Position 1, der Park. Jetzt plantet mich hier so ein bisschen the dream list. So geht es besser. 2, der Bär. 3, die Wege. 4, das Haus. 5, der Hund. Und 6, die Sterne. 7, der Sarg. 8, das Herz. 9, der Schlüssel. 10, die Mäuse. 11, der Reiter. 12, die Blumen. 13, der Turm. 14, der Storch. 15, der Klee. 16, der Mond. 17, die Dame. Und 18, die Schlange. 19, die Ruten. 20, der Berg. 21, die Eulen. 22, das Kreuz. 23, die Fische. 24, der Ring. 25, die Sense. Also, 26, das Kind. 27, das Buch. 28, in seinem Haus die Sonne. 29, in deinem Haus die Lilien. 30, die Wolken. 31, der Anger. Wo ist Sigi? 32, das Schiff. 33, der Baum. 34, der Brief. 35, das Siegfried. 36, der Fuchs. Ach, du lieber Heiland. Ach, du lieber Heiland. So, er schaut, das kann ich auch schon mal gleich sagen, er schaut auf die Lebenslüge. Er schaut auf die Lebenslüge. Da wollen wir gleich mal durchleuchten, was er sich so vormacht. Was macht er sich vor, unser Sportsfreund? Jetzt gucken wir aber erst mal nach dir. So. Du liegst in der 17. Das ist schon mal gut, weil du hast beschlossen, es muss sich hier einiges verändern. Du liegst im Storch und spiegelst auch auf den Storch. Hm. Das macht schon gleich wieder Sinn. Passt auf. Du liegst im Storch. Das heißt, du gehst aktiv in die Veränderung. Sagst dir vielleicht, so wie es jetzt gerade läuft, so geht es nicht weiter. Unter gar keinen Umständen kannst du weitergehen. Und der Wind der Veränderung, der kitzelt dir die Nase. Und es zieht dich hier auch in einen Wandel rein. Und du spiegelst auch auf den Storch. Und der Storch hat sich in den Fuchs gelegt. Weil du nämlich ganz genau dir sagst, hier läuft einiges schief, hier läuft einiges falsch. Und du hast ganz einfach keine Lust mehr auf solche Spielchen. Das kommt mir gerade so rein. Es ist wie so ein Spielchen. Und du willst ja jetzt eine Veränderung haben. So. Das ist schon mal die erste Tatsache. Dann haben wir über dir den Reiter. Das heißt auch, du willst sie wirklich aktiv etwas in Angriff nehmen. Und der Reiter schaut direkt auf die Mäuse. Also man könnte so sagen, die Dame stellt sich und jetzt kommt es, ihren Unsicherheiten. Weil die Maus frisst in den Schlüssel. Der Schlüssel ist ja immer ein Sicherheitsfaktor. Das ist so das i-Tüpfelchen in den Lennys. Und der steht immer für absolutes Gelingen. Jetzt frisst da die Maus rein. Und in dem Fall ist es dann unser Mausfeind. Weil die dicke Maus frisst in den Schlüssel. Und das bedeutet, hier ist eine Unsicherheit. Und du bist hier vielleicht auch verunsichert. Und willst das aber jetzt in die Veränderung bringen. Der Reiter liegt über dir. Aktiv konfrontierst du dich hier mit deiner eigenen Verunsicherung. So. Das machst du. Weil du nämlich eine Lady bist. So. Du stellst dich also hier den Dingen. Setz dich mit deiner eigenen Verunsicherung auseinander. Und in deiner Verunsicherung geht es natürlich um dein Herz. Du bist in deinen Gefühlen verunsichert. Vielleicht fragst du dich auch, was fühle ich überhaupt noch? Also es verändert sich ja ständig alles. Das Einzige, was sich nicht verändert, ist die Tatsache, dass sich alles verändert. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber ansonsten sind wir immer einem permanenten Wandel unterworfen, muss man schon fast sagen. Oh nee, das hört sich so unterwürdig an. Wir sind einem Wandel unterlegen. Nee, das hört sich auch nicht gut an. Wir sind einem beständigen Wandel. Was gibt es noch für ein Wort? Wir sind beständig im Wandel. Sagen wir es mal so. Und du machst dir hier vielleicht Gedanken um deine Gefühle. Weil du vielleicht deine Gefühle im Moment ganz stark hinterfragst. So. Der Reiter liegt über dir und über dem Reiter liegt der Hund. Und der Hund steht ja natürlich für die Freundschaft, er steht aber auch für Treue und Loyalität. Und in den Lennys ist es auch eine Seelenpartner-Karte. Das heißt, direkt in deiner direkten Gedankenebene bist du aktiv dabei, dich mit dieser Verunsicherung in dieser Seelenpartnerschaft auseinanderzusetzen. Du bist da direkt in front of, muss man so sagen. Und der Reiter liegt ja auch in den Routen. Und die Routen stehen ja für Aufräumen durch Fegen Ordnung schaffen. Und es ist vielleicht auch ganz einfach eine innere Ordnung, die du herstellen möchtest. schaust dir dabei natürlich deine Gefühle an. Hinterfragst deine Gefühle. Was fühle ich wirklich? Was empfinde ich überhaupt? Ja, weil also eine Seelenpartnerschaft, das ist ja für die allermeisten von euch so die ganz, ganz große Liebe. Das ist eine ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte. Und da sind tiefste Gefühle mit am Start. Und das haben wir ja gerade gesagt, alles verändert sich aber ständig. Und wenn jetzt natürlich dein Gegenüber das berühmte Kerbholz von hier bis Offenbach hat und lässt dich vielleicht mal wieder an sich abperlen oder abtropfen oder ist mal wieder seit an und dazu mal im Rückzug oder hat dich blockiert oder hat dich ganz schlimm verletzt auf irgendeiner Ebene, dann macht das auf Dauer ja was mit dir. Es macht was mit dir. Da gibt es jetzt verschiedene Beispiele. Jetzt stell dir vor, du nimmst einen Krug und lässt den Fall und soll der Krug zerbricht. Schöner Scheiß. Kann ärgerlich sein, war vielleicht ein schöner Krug. Und jetzt hat man sehr dran gehangen, also sagt man sich, den setze ich wieder zusammen. Dann nimmst du die einzelnen Scherben, setzt sie zusammen und klebst die und kriegst das vielleicht auch richtig gut hin. Und dann machen die ja in China sowas Tolles, die vergolden das doch dann immer so. Sieht geil aus. Aber es ist nicht mehr der gleiche Krug. Nun gut, jetzt hast du den einmal zusammengesetzt, schickes Teil, hast noch ein bisschen Gold, ein bisschen Glitzer drauf, vielleicht ist er sogar schöner als vorher. Ist an dieser Verletzung gewachsen. Jetzt denkst du, alles ist gerettet, die Situation ist wieder stabil, der Krug ist wieder ganz. Da kommt der nächste Zwischenfall, du willst damit die Blumen gießen und stolperst über die Katze, der Krug fällt hin, schon wieder tausend Scherben. Ach, du denkst, das ist so ein Scheiß, jetzt ist er schon wieder kaputt. Aber du hängst an diesem Krug und du sagst dir, okay, ich setze den wieder zusammen. Jetzt ist er vielleicht an entsprechender Stelle nochmal gebrochen, wurden geklebt, jetzt backt da noch der Kleber dran, dann merkst du schon, die Teile, die passen jetzt gar nicht mehr so richtig. Dann fängst du vielleicht an und klubberst den Kleber ab, dann platzt ein Stück ab, dann ist da so eine Lücke drin. Ach Gott, irgendwie kriegst du es aber hin und setzt ihn wieder zusammen, Gold drüber, Glitzer drüber, juhu, hast ihn wieder repariert. Denkst, was für ein schöner Krug, das ist nochmal gut gegangen. Der Krug ist weiterhin bei dir in Gebrauch und eines Tages fällst du damit die Treibe hoch. Was weiß ich. Willst du eigentlich damit die Blumen riesen und bleibst an der Stufe hängen, zack, bumm, knallst auf den Krug, ist er wieder kaputt. Tausend Scherben, zum dritten Mal gebrochen. Ja, viele Splitter und mit ganz, ganz, ganz viel Feingefühl, ja, mit ganz viel Feingefühl kriegst du es vielleicht nochmal hin, dass du ihn zusammensetzt. Inzwischen fehlen aber schon Ecken und Kanten, wo Splitter nicht mehr aufgetaucht sind und das Meisterstück sieht dann auch schon inzwischen sehr desolat aus. Und eigentlich kann man auch gar nicht mehr benutzen. Also er steht jetzt noch irgendwo aus Ehrensache. Sagen wir es mal so, aus Ehrensache hebst du ihn auf. Ja, und eines Tages gehst du mit deinem goldenen Staubwedel durch die Regale, weil schließlich hast du einen goldenen Staubwedel, weil das bisschen Haushalt, also man hatte goldenen Staubwedel, das ist so quasi eine Ernennung unter uns. Es ist eine Wertschätzung unter uns, die den Haushalt schmeißen. Und fröhlich singt Staubst du das Regal ab. Was passiert? Du fegst den Krug raus. Ja, und jetzt hat er es hinter sich. Das heißt, dieser Krug hat sich verändert. Und er hat sich irgendwann so sehr verändert, dass du ihn einfach auch nur noch zusammenfegen kannst und ja, kannst ein würdevolles Grabe tragen. Sagen wir es mal so. Irgendwann hat sich etwas so massiv verändert, dass das letzte Ergebnis im Vergleich zu dem ursprünglichen was war. Das ist so eine klaffende Schlucht. Und da geht dann halt auch nichts mehr. Und dahin ist es ein Prozess. Und um jetzt hier zurück auf die Karten zu kommen, du guckst jetzt hier auf den Mond, schaust dir deine Gefühle an, die sind vielleicht wie so ein Krug. Machst dir Gedanken. Was hat sich hier verändert? So, dann haben wir hier auch noch die Maus über dem Mond liegen. Stellst vielleicht auch fest, dass es viele Dinge gibt in dieser Beziehung, die tun dir einfach nicht gut. Du hast zum Beispiel nie Sicherheit in dieser Verbindung. Du fühlst dich einfach verunsichert, auch durch das Verhalten deines Gegenübers. Er gibt dir keine Sicherheit, in Klammern, da ist die Frage, ist das sein Auftrag, dass er die Sicherheit gibt? Oder ist es nicht dein Auftrag, dass du selbstsicher bist? Das Wort selbstsicher hat was mit deiner Eigenverantwortung, deiner eigenen Sicherheit gegenüber zu tun. Wird mir gerade durchgegeben, das ist ja gar nicht auf meinem Mist gewachsen. So, auf jeden Fall, du schaust dir deine Gefühle an, der Mond spiegelt in den Klee und die sind vielleicht immer nur so ein kurzes Glück. Es ist so eine kurze Phase, wo alles total tiefgründig ist, total in die Tiefe geht, wunderschön ist und das ist dann halt richtig heftig, weil im Klee liegt der Bär. Also wenn dann die Gefühle da sind, diese kurzen, schönen Momente, die du vielleicht mit deinem Gegenüber hast, weil die ganze Welt grätscht ja dazwischen. Das Leben, sein Leben, dein Leben, es ist ein scheinbar oder schier, ein scheinbar schier unüberwindbares Hindernis. Das ganze Weltliche steht im Endeffekt zwischen euch und verhindert vielleicht, dass ihr im Moment noch nicht zusammen sein könnt oder dass ihr es vielleicht auch nie sein werdet oder irgendwelche Gründe, die er hat, Gründe, die du hast. Es steht einfach viel zwischen euch. Dennoch sind diese kurzen, glücklichen Momente total intensiv und stark. Interessanterweise haben sich hier die Positionen getauscht, weil der Bär liegt im Klee und der Klee liegt im Bär. Das bedeutet, der Bär ist ja auch eine Seelenpartnerkarte, also eine alte, eine ganz alte Seelenpartnerschaft und du schaust hier auf die Gefühle, das ist immer so ein kurzes Glück mit diesen Begegnungen, bist hier stark verunsichert und dein Gefühl, es belastet dich auch mit Maus und Mond und dann liegt der Klee im Bär und da kommt auf einmal so eine Leichtigkeit in diese alte Seelenliebe und gleichzeitig kommt aber auch wieder eine Schwere rein, weil der Bär liegt im Klee. Der Bär im Klee korrespondiert dann noch auf das Schiff im Mond. Ist auch noch so ein Ding, also schaust du ja auf den Mond direkt drauf und das Schiff liegt im Mond, dir ist schon wahnsinnig viel Geduld in diesem Prozess abverlangt worden und oftmals fühlst du dich wie in einer kleinen Nussschale auf einem weiten Ozean, alles voller Wasser, aber du musst verdursten, weil das ganze Wasser um dich herum salzig ist. Ja, so viele Gefühle und trotzdem musst du verdursten in dieser Verbindung. Das kommt mir gerade alles so durch. So, dann liegt im Schiff noch der Weg und da ist wieder diese Entscheidungsfrage, wie geht es weiter und damit setzt du dich gerade auseinander. Wie geht es weiter, weil im Endeffekt sehnst du dich ja nach Stabilität, die Wege spiegeln in das Haus, das Haus liegt in sich selbst. Du sehnst dich nach Stabilität in dieser Seelenpartnerschaft. So, jetzt weißt du, der Reiter liegt ja über dir, du bist hier aktiv und im Reiter selbst liegt der Park. Du bist hier wirklich offen für ein Treffen oder du bist offen, dass man mal vielleicht sich wieder begegnet, dass man sich trifft und denkst vielleicht auch, es wäre an der Zeit, ja, dass man sich einfach wieder mal sieht und erhoffst dir natürlich von diesem Treffen auch Klarheit in der Unklarheit, weil die Sterne haben sich in die Wolken gelegt. Dass man hier einfach mal wieder den Sternenhimmel sieht, ja, was für die Beziehung tut, mal wieder einen schönen Moment zusammen hat, eine schöne Zeit und du sehnst dich aber auch nach Stabilität und mit dem Klee ist es immer das, also diese Unbeständigkeit, es wird dir verflixt und verflixt und zugenäht, diese Stabilität nicht gegeben. So, und in diesem Prozess bist du ungefähr gerade. Dann liegt hier, hinter dir, liegen die Blumen, ja, du hoffst dir vielleicht auch so sehr, dass mal eine Einladung kommt, ne, aber diese Hoffnung zerschlägt sich immer wieder, weil die Blumen spiegeln in den Sarg. Du bist, also hast du irgendwie die Hoffnung auch schon aufgegeben, weil du hast dich schon von dieser schönen Vorstellung weggedreht. Jetzt liegt ja in den Blumen der Schlüssel, der ja eigentlich sagt, es wird mit Sicherheit eine Einladung kommen oder es wird ein Treffen geben, ja, wenn dann ja der Mausfeind wäre, ne, der da den Schlüssel anfrisst und die Sicherheit da rausnimmt. Das heißt, so sicher ist es gar nicht. Das ist alles, das geht in deinen Gedanken aber ab, ne. Ich muss dazu sagen, es liegt alles in deiner Gedankenebene, das sind so deine aktuellen Gedanken, was diese Beziehung betrifft. denkst also hier nach, machst dir aktiv Gedanken über deinen Seelensiggy, ne, und der Hund korrespondiert auch noch hier in deinen Seelensiggy, ne, wir können ihn auch Seelenhorst nennen, das fanden die Singles so gut, ne, oder wir nennen ihn einfach Kurt, hier kommt Kurt, ohne Helmut, ohne Kurt, ne, das hatte ich ja eben so im Kopf, bei Siggis Einzugsmarsch wahrscheinlich auch nicht umsonst, ne, hier kommt Kurt, ohne Helmut, ohne Kurt, einfach Kurt, ja, und während ich das singe, knurre ich, ich habe den Kurt geknurrt, sozusagen, ja, also, er liegt im Anger, das bedeutet, er hält fest, während du hier in so einem Loslöseprozess bist und wirklich die Dinge hinterfragst und dich so fragst, macht das alles Sinn, hält er fest, so, wo haben wir denn den Anger, ach ja, da schau mal her, also ihn betrifft das hier alles gar nicht, jetzt haltet euch fest, haltet euch fest, der Anger liegt in der Sonne, so, Siggi liegt im Anger, der hält fest, man könnte fast sagen, und fühlt sich gut dabei, das ist so wie wohl, wohl und geborgen fühlend, in einer sicheren Bienenwabe, in der absoluten Gewissheit, er hat dich ja sowieso safe, hält er fest, und jetzt setze ich noch einen drauf, die Sonne, die liegt sogar in seinem Haus, tja, die Sonne liegt sogar in seinem Haus, hier habe ich die Karten verdreht, also, da kommt mir ganz klar rein, dass er sich seiner Sache sicher ist, also, warum sollte er dich auch verlieren, ja, du bist immer für ihn da, immer, und du wärst es wieder, das ist ja eben das Ding, ne, du wärst es wieder, ja, jetzt hat er aber nicht mit dem Mausfreund gerechnet, ne, weil die Sonne korrespondiert auf die Mäuse, also, ähm, so sicher kann er sich seiner Sache, gar nicht mehr sein, bei mir kommt hier ganz klar rein, dass du in einem Prozess bist, wo du deine Gefühle ganz stark hinterfragst, wo du dir Gedanken machst, was hat sich in der letzten Zeit verändert, ne, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Veränderung, alles verändert sich ständig, äh, das Einzige, was sich nicht verändert, ist die Tatsache, dass sich alles verändert, also, du bist, du bist, du hinterfragst im Moment diese Beziehung sehr, ne, und, ähm, er ahnt von alledem nichts, weil er ist sich deiner sehr, sehr sicher, ne, das kommt mir so rein, so, jetzt schauen wir mal direkt nach ihm, er schaut hier direkt auf den Fuchs im Kreuz, der Schwanz von dem Fuchs zeigt zu ihm, das heißt, bei ihm liegt die Wahrheit, was heißt, bei Sigi liegt die Wahrheit, das werden wir jetzt mal genauer durchleuchten, also, bei ihm liegt die Wahrheit insofern, dass er tatsächlich dein Seelenpartner ist, ne, wobei ich, also, ich würde niemals jetzt behaupten, das ist auf jeden Fall dein Seelenpartner, ich kenne dich ja gar nicht, also, ich rede ja hier wirklich so, die Grundenergie des Kollektives, das weißt du ja, ne, ob das dein Seelenpartner ist, das weiß dein Herz, ne, und es gibt ja Seelenpartner, ähm, ähm, äh, bei denen ist klar, ähm, dass beide Seelen ein Date haben, die kommen irgendwann zusammen, das wünschen sich, glaube ich, fast alle, weil die Gefühle sind ja sehr stark, und, ähm, die wünschen sich natürlich, ähm, ein glückliches Leben oder eine glückliche Beziehung mit ihrem Seelenpartner, so, es gibt aber auch, ähm, ähm, ganz einfach Seelenpartnerschaften, das sind solche Lernpartner, karmische Lernpartner, mit denen hast du hier was zu stellen, zu lösen, und, ähm, dann verschwinden die auch wieder, aber das ist kein minder krasser Prozess, also sowas kann auch über viele Jahre gehen, ähm, und viele, die vielleicht irgendwann mal eine gemeinsame Beziehung angestrebt haben, die kommen in eine Veränderung rein, und kommen irgendwann an den Punkt, wo die sagen, ich will das eigentlich gar nicht mehr, wie ich dazu komme, das zu sagen, weil ich es weiß, also ich kriege das erzählt, ich unterhalte mich ja sehr viel mit Menschen, und wo dann diese Menschen eben sagen, ey, also irgendwie bin ich da langsam durch, das hat sich total verändert, ne, und, ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass hier der Held vom Erdbeer fällt, die Sache gar nicht mitschneidet, und der fällt dann aus allen Wolken, wenn die Lady weg ist, ne, da rechnet der nicht mit, weil der wiegt sich so in Sicherheit, also das sieht man auch hier, ja, ganz klar, dass, äh, mit der Sonne in seinem Haus, und im Anger in der Sonne, und er im Anger, für ihn steht die Sache fest, ne, alles ist safe, alles ist fix, alles ist toll, ja, und jetzt schaut ihr ja hier direkt auf den Fuchs im Kreuz, also wir haben ja erörtert, bei ihm liegt die Wahrheit, also es hat schon was auf sich mit ihm für dich, das steht außer Frage, äh, äh, für mich heißt das aber auch, in dieser Kombination, dass er hier definitiv ganz klar mal am Zug wäre, weil sonst ist die Lady weg, ne, und zwar mit wehenden Fahnen, ne, und, äh, und zwar, äh, die ist nicht einfach nur so weg, sondern hoch erhobenen Haupt ist, ne, wie halt so eine Königin so abrauscht, ne, die macht einen Abgang, also die Lady, die hier im Blatt liegt, die erkennt, was sie wert ist, ja, und wenn die mal irgendwann weg ist, dann ist die nett als so ein kleines Opfer weg, oder da irgendwie unter den Tisch gefallen, oder unter den Teppich gekehrt, so klein mit Hut, dass er unter dem Teppich Fallschirm springen kann, ne, 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 diese Lady rauscht ab, ne, in High Heels, mit Sonnenbrille, und mit einem schäten Burberry-Schal, so sieht's mir mal aus, ja, und, ähm, bei mir kommt hier rein, dass er sich total, ähm, was vormacht, ne, also er wiegt sich in totaler Sicherheit, was dich betrifft, und er hat ganz viele ungelöste, karmische Aspekte, er lebt ein Leben, mit einer ganz krassen Fassade, mir kommt hier so durch, der schöne Schein, das hat aber jetzt gar nichts mit dir zu tun, sondern mit seiner, also wie er so gerade sein Leben aufrecht erhält, er macht sich selbst was vor, das ist so, so eine Selbstsabotage, er redet sich die Dinge schön, und, ähm, er gibt vor, also er gibt was ganz anderes vor zu sein, als was er tatsächlich ist, jetzt wollen wir mal gleich genauer durchleuchten, so, so leicht lassen wir hier Netlogo, so, so, erst mal, an seiner Gedankenebene liegt ja direkt dein Haus mit der Lilie, also man könnte sagen, er steht ganz massiv auf dich, ne, er findet dich, äh, als mega Gerät, und wahnsinnig sexy und attraktiv, und jetzt schaut er ja hier auf den Fuchs, und jetzt haben wir hier die Kombination Fuchs und Lilie, für den ein oder anderen gilt vielleicht, ihr habt eine heiße Affäre am Start, ne, und er ist sich deiner sehr sicher, ne, Anger, Sonne, Sonne in seinem Haus, ne, er liegt im Anger, der Anger liegt in der Sonne, die Sonne liegt in seinem Haus, ähm, und damit macht er sich vielleicht auch was vor, weil, ganz einfach, ähm, jetzt will ich mal gerade gucken, was bei ihm eigentlich abgeht, wo haben wir denn das Herz, das Herz haben wir am Sarg, da haben wir da, aha, ja, da habe ich schon, es ist nämlich mehr, er empfindet für dich mehr, als nur eine Affäre, ähm, es kann für die, die nicht in einer Affäre sind, hier auch einfach eine ganz gravierend, krasse, sexuelle Anziehungskraft sein, ne, und da sonnt er sich auch drin, ne, also er sonnt sich auch darin, dass du so auf ihn stehst, kommt mir ganz klar rein, so, jetzt, ähm, passt auf die Kombination, er steht natürlich total auf dich, er fährt total auf dich ab, du ziehst ihn an wie Honig die Bienen, und, ähm, ähm, in seinen Gedanken, in seiner Gedankenebene liegt auch, dass er hier aktiv werden will, ne, weil die Lilie direkt über ihm, korrespondiert in den Reiter, die Lilie liegt in deinem Haus, also das liegt in seiner Gedankenebene, dass er aktiv werden will, es könnte aber auch die Hoffnung sein, dass du aktiv wirst, ne, dass du ihm vielleicht mal wieder deine Liebe hinterher trägst, so, und zwar aktiv werden in der Liebe, der Reiter spiegelt hier auf das Herz, so, und wenn wir hier Herz und Lilie in der diagonalen Korrespondenz haben, haben wir hier nicht nur eine Leidenschaft, die er für dich empfindet, oder dass du halt für ihn voll das Gerät bist, sondern auch Liebe, also es ist nicht nur so, dass du hier, äh, äh, dafür zuständig bist, ihm in regelmäßigen Abständen die Matratze zu vergolden, nein, er hat hier auch Gefühle, hier sind Gefühle im Spiel, und solltet ihr einen Kontaktabbruch haben, liegt hier auch der Neuanfang in der Liebe drin, ne, vielleicht habt ihr auch so eine Pause, eine kreative Pause, ne, wo er sich denkt, was soll ihm schon passieren, er hat dich eh safe, ne, du bist so sicher wie das Armen in der Kirche, so denkt er vielleicht, während du, aber ganz massiv dein ganzes Gefühlsleben und alles, äh, ganz, ganz, umbori da überdenkst, oder sagen wir es mal so, du überfühlst es, weil du steckst de facto laut diesem Kartenblatt in einer gravierenden Veränderung, ne, ähm, und so in seiner Gedankenebene liegt halt hier auch dieser schöne Gedanke an einem Neuanfang, so, und, äh, es kann sein, also für die eine Gruppe gilt jetzt, dass er da aktiv werden will, für die andere Gruppe gilt, dass er sich denkt, du läufst ihm eh nach, ne, also Siggi kommt hier heute nicht gerade gut weg, muss ich sagen. Jetzt passiert folgendes, ich finde es ja interessant, er hat es noch nicht mitgekriegt, weil noch scheint in seinem Haus die Sonne, aber hier ziehen dunkle Wolken auf, ne, also, ähm, wenn er hier nicht die Kurve kriegt, da würde ich jetzt bei einigen sagen, es sind viele aus dem Kollektiv, oder einige aus dem Kollektiv, in der gravierenden Veränderung, wenn er hier nicht die Kurve kriegt, dann ist der Krug das letzte Mal gebrochen, wie heißt das schon im Sprichwort, der Krug wird so oft zum Brunnen getragen, bis er bricht, und euer Krug ist vielleicht schon mehrfach repariert, ne, aber hier wird die Luft langsam dünn mit den Wolken, ne, sagen wir es mal so. Jetzt ist aber hier auch gewieft, ne, also er schaut ja auf den Fuchs im Kreuz, und der Fuchs im Kreuz spiegelt auf die Sterne in den Wolken, so, das kann auch bedeuten, dass er hier, ähm, auf eine Eingabe wartet, ne, also, ähm, bei manchen Eingaben ist es vielleicht auch so, dass er langsam schon merkt, dass die Luft dünn wird, ne, schließlich kommen die dunklen Wolken direkt auf ihn zugezogen, und, äh, vielleicht überlegt ihr euch jetzt, wie er, äh, wie er den Karren wieder aus dem Dreck ziehen könnte, ne, Fuchs und Sterne sind immer eine schlaue Idee. Jetzt haben sich ja die Sterne in die Wolken gelegt, ne, also, es kann also wirklich sein, dass dein Pappenheimer, ne, das, ne, da ist es wieder, dass dein Pappenheimer merkt, dass sich hier, äh, eine Wolke vor die Sonne schiebt, ne, dass er das jetzt durchaus langsam kapiert, ne, braucht vielleicht auch noch ein Weilchen, und dass er jetzt überlegt, was für ein Murks, wie kriege ich das wieder gerade gebogen, ne, also auch das ist möglich. Ist ja spannend, ne. Ja, 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 Sigi, also heute hast du dich hier noch nicht mit Ruhm gekleggert, da müssen wir mal sehen, was wir hier noch rausziehen. So, die Dame im Veränderungsprozess, und er ist sich seiner Sache sehr sicher. Mhm, 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 mhm. Im Herz, im Haus des Herzens, liegt der Ring. Das ist eine liebevolle Verbindung auf jeden Fall. Der Ring, äh, das Herz liegt im Sarg. Liebeskummer. Aber die Liebe ist immer stärker als der Kummer, weil sich das Herz über den Sarg gelegt hat. Der Sarg liegt über der Schlange. Das heißt, hier geht auch etwas raus, was falsch ist. Das spricht auch dafür, dass die Schlange aus dem Kartenblatt rausguckt und in den Turm spiegelt. Also, diese Kraft ist lahmgelegt. Also, für die, die mit einer dritten Person zu tun haben, die ist im Moment, äh, äh, ja, im Moment ist sie, äh, 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 der Lord in den Turm. Die ist, also, äh, die spielt im Moment keine Rolle. Die, äh, die hat keine Macht, sagen wir es mal so. Die hat keine Macht, kann auch für einige sein, es ist jetzt wiederum nur, es ist halt, ich deute halt fürs Kollektiv, ja, es kann eine bestimmte Gruppe betreffen, dass eine bestimmte Gruppe, wo eine dritte Person im Boot ist, in so einer Dreierverstrickung ist, weil die Schlange tatsächlich im Haus des Hundes liegt, und der Hund liegt im Baum und korrespondiert aber auf Siggi. So, da bist du aber auch mit reingebunden, in diese, in diese ganze Linie hier, ne, also, ähm, bei, bei denen, äh, wo es hier um eine Dreierbeziehung geht, wo wirklich die Schlange als dritte Person, ähm, mit ihm Schlitten fährt, oder mit dir Schlitten fährt, oder mit euch Schlitten fährt, oder, was weiß ich, allein Schlitten fährt, dann kann man jetzt sagen, im Moment, äh, ja, äh, 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 fährt sie mit ihrem eigenen Schlitten vor den Baum, ne, also, die ist im Moment, äh, ist die raus aus dem Rennen, die liegt auch im Umbruch, die spielt im Moment keine Rolle zwischen euch beiden, zumindest energetisch nicht. Es kann auch sein, also, die Materie zieht ja immer nach, es geht ja immer vom Geist in die Materie, ähm, dass die, die jetzt gerade sagen, ich habe aber gerade massiv Probleme mit einer dritten Person, weil die macht mir hier echt die Hölle heiß, dass sich das jetzt erledigt, ne, ne, also, die könnte hier abmarschieren, ne, kann auch sein, dass die wirklich diese Verbindung stört, ähm, aber die fällt hinten runter, die wird den Kürzeren ziehen, sagen wir es mal so, ja, das gefällt ja natürlich gar nicht dem Turm, weil, also, die spiegelt ja in den Turm, der Turm korrespondiert in die Routen, das heißt, also, die ist hier, äh, also, nur mit Widerstand eingekehrt worden, ne, das ist wie, wenn so ein Häftling abgeführt wird, der sich mit, mit Händen und Füßen gegen wehrt und sträubt, ne, also, ähm, man könnte fast sagen, die ist abtransportiert worden, ne, aber gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier, das wollen wir auch gar nicht so nah hier ranholen, sondern, ähm, es geht jetzt, ach genau, hier, das darf ich ja auch nicht unterschlagen, passt auf, Siggi, ne, also dein Gegenüber, der hat definitiv Gefühle für dich, das möchte ich auch nochmal auf den Punkt bringen, weil in der Linie von unten nach oben, ne, liegt die Linie direkt über ihm, das bist ja du, das ist ja dein Haus, also, er findet dich wahnsinnig attraktiv, und darüber liegen dann die Fische, ne, und er hat tiefe Gefühle für dich, über den Fischen liegst du, ne, also, es geht hier definitiv um dich, er möchte auch aktiv werden, und, bei mir kommt auch rein, er schätzt auch deine Treue und Loyalität, also, er weiß dich auch durchaus schon zu schätzen, ich sage euch, was das Problem ist, das Problem ist ganz einfach, dass du in dieser Beziehung mehr gibst, du bist der Geber, und er nimmt mehr, und er ist der Nehmer, ähm, es fließt weniger zu dir zurück, wie du, wie du, äh, in diese Beziehung investierst, und dadurch kommt es in dieses Ungleichgewicht, ne, so sieht die Sache mal aus, und diese Gefühle, ne, die er für dich hat, die haben sich in die Mäuse gelegt, also, die überlagern die Angst, aber jetzt kommt's, aber die können nicht frei fließen, also, er hat hier ein ganz starkes Problem, Gefühle zuzulassen, ne, also, dein, dein Papenheimer halt, ne, das Siggi, Siggi hat ganz starke Probleme, Gefühle zuzulassen, aber, die Gefühle sind letzten Endes sterber als die Angst, die ihn zurückhalten, aber frei fließen können sie trotzdem nicht, im Berg selbst fliegen die Vögel, das sind ja die zwei, ne, also, die stehen ja auch für Kommunikation, die stehen aber auch für Kummer und Sorgen, Kasch und Tratsch, ne, ähm, die Vögel, oder die Eulen in diesem Deck, liegen im Berg, und das bedeutet aber auch, ein Vogel, der kennt kein Hindernis, der fliegt da drüber, ja, das ist, also, wenn ein Berg kommt, was macht der Vogel, der fliegt da halt ein bisschen höher, ne, der fliegt da drüber, boah, der lässt sich tragen, von der Luft, von der lieben Luft, wird der Berg überflogen, das sind jetzt die zwei, also, das kann auch für dich gelten, ja, auch du lässt vielleicht Gefühle nicht ganz zu, vielleicht auch um dich zu schützen, er macht das vielleicht auch, um sich zu schützen, ich habe hier noch ein Indiz, dass hier Hindernisse überwunden werden, der Storch, korrespondiert ja auch in den Berg, und du spiegelst in den Storch und du liegst im Storch, auch der Storch ist in der Lage, über den Berg zu fliegen, ne, weil du willst hier in eine Veränderung, definitiv, du willst hier definitiv was verändern, du bist hier an so einem, vielleicht bist du sogar schon an einem Point of No Return, das kann für einige gelten, muss nicht für alle gelten, aber für einige gilt vielleicht, dass ihr ein Stück weit drüber seid, durch, also, wenn es dich nicht mehr touchen würde, würdest du keine Kartenlegung mehr schauen, das ist ganz klar, aber ich würde hier schon sagen, die Lady ist in so einem Ablöseprozess, hier verändert sich etwas, und es kann auch sein, dass du einfach sagst, du stehst ja auch über dem Berg, ne, von der Linie her, also der Berg liegt eine Reihe tiefer, muss ich dir ungefähr so vorstellen, du hast den Berg ja eh schon überwunden, du hast auch einfach vielleicht einfach die Schnauze voll von Bergsteigen, du hast schon genug versucht, mit Mühe zu erreichen bei ihm, ja, und er ist halt eher hier so aufgestellt, er hat den Berg noch vor sich, ne, ja, es ist hier jemand, also, dein Siggi ist ein Mensch, der, äh, gerne nimmt, der aber gerne auch vergisst, was zurück zu investieren, der sich gerne selbst was vormacht, der nach außen hin, ähm, jemand anderen darstellt, also tatsächlich ist, sein äußeres Ansehen ist ihm immens wichtig, es ist ihm ganz wichtig, das sieht man auch an den Ecken, wie er in der Öffentlichkeit dasteht, weil auch die Öffentlichkeit ihm Halt gibt, also sprich, sein Status Quo gibt ihm Sicherheit, Selbstsicherheit, stärkt seinen Selbstwert, es hat auch ganz viel mit dem Ego zu tun, und es ist ein Mensch, ähm, der sich gerne die Rosinen rauspickt, ne, der gerne auf der Sonnenseite des Lebens ist, und der es aber auch nach außen hin so aussehen lässt, heißt, also jeder soll sehen, wie gut es ihm geht, ne, sagen wir es mal so, dabei, dabei ist das gar nicht so, weil er schaut direkt auf die Lebenslüge, ne, und er ist aber auch ein großer Meister darin, dass er das selbst von sich glaubt, ne, also, ähm, ja, es ist ein Meister im Verdrängen, und der kriegt jetzt eine Wolke vor die Sonne, das ist so, der kriegt definitiv eine Wolke vor die Sonne, dann haben wir hier, ähm, ich wollte ja wissen, für die, die auf eine Nachricht warten, wie es so aussieht mit der Nachricht, der Brief liegt ja in den Fischen, ne, direkt neben ihm, in den Gefühlen, so, die Fische liegen ja direkt über ihm, die, also, ist ja er, Lilie, Fischfreund, ne, und im Brief liegen die, ne, Quatsch, die Fische, der Brief, ach, der Brief liegt in den Fischen, sorry, die Fische liegen quasi über ihm, im Zusammenhang mit dir, ähm, da liegt also schon, also, er denkt schon darüber nach, sich bei dir zu melden, das ist so, er hat im Kopf die Nachricht, die gefühlvolle Nachricht, der Brief korrespondiert auf das Haus im Haus, Nachricht kommt ins Haus, ist auf dem Weg, weil das Haus spiegelt in die Wege und die Nachricht selbst spiegelt in den Baum heilsame Nachricht und im Baum liegt der Hund, auf den er korrespondiert, also sagen wir es mal so, Fazit, wenn euch hier nicht in die Pötte kommt und hier endlich mal Flagge zeigt, ja, und mal endlich einen klaren Standpunkt vertritt, wie er zu dir steht und was er für dich fühlt und es nicht nur sagt, sondern es dir auch zeigt, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann wird's duster, rierer Runkel im Hühnerstall wird's dunkel, dann kann es sein, dass die Dame abrauscht, die Lady und zwar mit gerichteter Krone, ja, das ist mein Fazit aus dieser Legung, also dünnes Eis für Siggi, würde ich mal sagen, da bin ich mal gespannt, wer damit in Resonanz geht, also das will ja keiner hören, weil wir haben ja hier eigentlich meistens so die Big Love drin liegen, hier sind auch Gefühle da, aber man könnte so roundabout sagen, er verkackt hier gerade, da bin ich jetzt, ich wollte ja eigentlich heute das Blatt teilen, ich bin aber der Meinung, es ist besser, wenn wir heute noch ein Liebesorakel legen, aber ein schnelles, weil ich will die Legung nicht zu lang machen, es dauert sonst ewig, bis die hochgeladen ist, jetzt machen wir noch zwei Sachen, erstes Sache, nur ohne auf dich, nur ohne auf ihn, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, so, welche Runenkraft bekleidet dich denn, welche Runenkraft bekleidet dich, ach ja, die kennen wir doch schon, die ist doch heute Morgen schon, die Daggers, die ist doch heute Morgen schon, im Dachgezwitscher ist die doch schon gefallen mit der Dame, laufen lassen, fließen lassen, so sieht die Sache mal aus, wer sich im Übrigen fragt, warum die Runen hier nicht in die Mitte graviert sind, das zeige ich euch mal gerade, in der Mitte ist das Herz der Hasel und das Herz der Hasel darf nicht verletzt werden, die sind ja alle per Hand graviert und jede Holzscheibe hat ja eine andere Form, die sind zwar alle rund, aber nicht gleich rund, natürlich rund halt, das sind halt Assscheiben, ne, und da wurde immer genau darauf geachtet, dass das Herz der Hasel nicht verletzt wird, weil ein Herz darf nicht verletzt werden, wenn man da durch gravieren würde, das ist ja gelasert, so eine Lasergravur, dann wäre hier ein schwarzes Loch, das ist die Erklärung, warum die manchmal mehr links sind, manchmal mehr rechts, aber auf keiner einzigen Rune werdet ihr hier ein verletztes Herz finden, das finde ich ganz besonders symbolisch, ich wollte es nochmal gesagt haben, weil es wird sich hier bei allem was gedacht, ne, also, du sollst hier Fliesen lasen, das ist eine, das ist auch hier die Rune der Veränderung, und es ist, es verändert sich bei dir so Step by Step in kleinen Dingen, ne, es verändert sich in kleinen Dingen, das ist, die Veränderung kommt schleichend bei dir, sagen wir es mal so, jeden Tag ein bisschen, das ist kein großer Wandel, dass du von jetzt auf gleich sagst, aus du maust, ne, ne, das geht jeden Tag ein bisschen, du fließt in deinem Leben weiter, und wenn er nicht aufpasst, fließt du ihm davon, ja, so, welche Rune ist denn an seiner Seite? So, ach ja, die Bärkörner, ich fasse es nicht, der Neuanfang und der neue Frühling, also, hier hofft aber einer, dass er die Kurve kriegt, also, ich untermale es nochmal, ihm dämmert hier langsam, dass sich was verändert, es dämmert eben, er muss sich hier wirklich Gedanken machen, ob er in die Purschen kommt, ne, das ist so, weil, der setzt auf Neuanfang, es kann aber auch wirklich nochmal unterstreichen, dass er sich seiner Sache sehr sicher ist, dass er weiß, es kommt sowieso ein neuer Frühling, ne, also auch, wenn, äh, jetzt hier komplett saure Guggenzeit ist in dieser Beziehung, sie ist ja sowieso da, ne, sie wird niemals, wird sie mich im Stich lassen, er ist sich vielleicht auch seiner sehr sicher, dass er sich denkt, der neue Frühling steht schon vor der Tür, es geht ja immer wieder weiter, oder aber, er rafft's, dass, ähm, dass er hier Gefühle für dich hat, ist ja auch die Rune von Erotik und Verliebtheit, das mit Erotik macht ja absoluten Sinn, weil über ihm liegt ja die Lilie in deinem Haus, ne, da bin ich mal gespannt, ne, also, man kann schon fast sagen, jetzt lasst es euch runtergehen wie Öl, du bist schon auch so seine Göttin, gell, tja, tja, so, machen wir das mal hier weg, schauen wir nochmal, ähm, was uns die, ähm, das Blatt haben wir jetzt weg, da haben wir jetzt auch echt genug gesagt, ähm, jetzt schauen wir nochmal in den Honigtarot, was uns die Karten in der, äh, Gegenüberstellung der Beziehung so sagen, ne, dann können wir nochmal vielleicht ein bisschen tiefer gehen, da bin ich mal gespannt, äh, wie viel da so in Resonanz sind, ne, wenn ihr mal in euch reinfühlt, was macht es mit euch, und ne, dass, 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 dass uns jetzt hier die halbe Community wegbricht, ha, ha, ach, du Lieberweiland, ne, da muss man halt einfach, ich wollte sowieso als nächstes mal eine Legung machen, für die, die wirklich losgelassen haben, das, ähm, das muss mal wieder dran sein, eine, eine Kartenlegung für die, die losgelassen haben, ähm, tja, irgendwann sind alle so gelöst, dass wir hier nur noch für uns selbst die Karten legen, und freuen uns unseres Lebens, Siggi, wer ist Siggi? Uns interessiert jetzt, äh, ein ganz anderer, hier kommt Kurt, da, 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 ohne Händen, in, Urt, einfach Kurt, ne, so, also, worum geht's denn hier überhaupt in dieser Beziehung, und was, yes, oh, oh, drei Karten, wir haben die Liebenden, wir haben den Wagen, und den Ehrenmücken, so, gut, das nehmen wir erstmal so hin, dann würde ich gerne wissen, wie stehst denn du dazu? Wie steht denn er zu dir? Ach ja, sag ich nur, ne, wie der Herrscher, die Sonne, so geht's weiter, ja, fangen wir jetzt erstmal damit an, wie er zu dir steht, legt er sich als Tor rein, also, man muss ja schon fast sagen, ein bisschen selbstgefällig sitzt er ja schon da, ne, ähm, das ist genau das, was die Lenny-Karten uns so gezeigt haben, äh, er ist sich seiner Sache sehr sicher, er liegt im Herrscher, ne, er ist sich seiner Sache sehr sicher, was dich betrifft, da werden wir jetzt gleich tiefer drauf eingehen, jetzt wollen wir erstmal gucken, was geht's denn hier überhaupt, so, es geht hier natürlich um die Liebe, und wir haben hier, ach, mein Ringlichtspiegel, sorry, wartet mal, ich will mal gucken, ob ich das ein bisschen besser, äh, das ist ja blöd, Moment mal, so geht's glaube ich ein bisschen besser, jetzt bin ich zwar dunkler, aber ihr seht die Karte besser, wir haben hier die Liebenden, und das ist, äh, die Göttin der Jugend Iduna, und ihr Mann Bragi, das ist der Mann der Dicht, äh, der Gott der Dichtkunst, ja, ist es nicht, es ist der Gott der Dichtkunst, und was fällt uns auf, bei diesen Liebenden, es ist nämlich eine sehr interessante Darstellung, sie steht hinter ihm, gleichzeitig steht sie aber auch über ihm, ne, sie berührt im Endeffekt, mit ihren Händen, hier, so, die geistige Welt, wir haben hier einen Regenbogen, ne, und der Regenbogen steht ja auch immer dafür, dass Heilung geschieht, sie ist vielleicht auch diejenige, die immer wieder eine Brücke schlägt, und sie hält hier in der Hand einen goldenen Apfel, und, äh, da steht ganz einfach auch dafür, dass Liebe jung hält, weil die Göttin Iduna, ähm, ist eine ganz, ganz wichtige Göttin für die Asen, weil die eben die goldenen Äpfel hütet, die hat den Schrein mit den goldenen Äpfeln, und, äh, diese goldenen Äpfel halten halt die Götter jung, ne, und Iduna ist halt so ein bisschen vergesslich, die vergisst auch, äh, immer wieder, äh, also, die vergisst so einiges, die vergisst, wo sie die Äpfel gepflückt hat, und die nimmt es halt auch, äh, mit der Treue nicht so genau, ne, aber die kann sich dann an nichts erinnern, aber es trägt ihr auch nie jemand was nach, weil ohne Iduna und die goldenen Äpfel, wären halt alle Götter altig, äh, äh, altig und falt, also faltig und alt, faltig und alt, genau, er kraut und faltig und alt, so, und durch die goldenen Äpfelchen bleiben sie halt alle schön frisch, ne, und knaggig und jo, und deswegen hat die Iduna auch so eine gewisse Narrenfreiheit, ne, und, äh, sie, äh, ist so tensorisch hinter ihm, steht vielleicht auch so ein Stück weit über ihm, weil, ähm, ja, sie darf alles, und sie nimmt sich vielleicht auch alles raus, und jetzt guckt mal auf seine Hände, er nimmt hier aber auch gern, was sie ihm gibt, was fällt uns auf, die beiden schauen sich nicht an, die schauen sich nicht an, ähm, sie macht hier Dinge und tut Dinge und, ähm, berührt auch die Geistwelt, ne, ähm, hat wahrscheinlich auch heilerische Fähigkeiten, ne, also er hat hier den Regenbogen, und, ähm, er empfängt das mit offenen Armen, mit offenen Händen, aber er schaut sie nicht an, wenn das mal nicht eine Sigi-Energie ist, ne, weil er ist so mit sich selbst beschäftigt, er muss Gedichte schreiben, und, äh, der geht da halt voll drin auf, ne, aber der ist so in seiner Mitte, er hat die Gebo auf der Brust, man könnte jetzt einerseits sagen, sie stärkt ihm den Rücken, man könnte aber auch sagen, sie versucht auf sich aufmerksam zu machen, aber er schaut sie nicht an, nimmt aber gerne, was sie ihm zu geben hat. Fakt ist eins, beide stehen mit dem Rücken zum Licht. Also da wäre noch viel mehr drin in dieser Liebe, wenn beide aufstehen würden, würden sich umdrehen und gemeinsam in den Sonnenuntergang sozusagen spazieren, das machen sie aber nett, ne. Also ich finde, die Karte ist sehr, sehr, sehr bezeichnend, da habe ich schon viel drüber gebrainstormt und nachgedacht. Tja, das sind die Liebenden, achso, und sie hat hier oben noch die Rune Ewas, ne, das ist ja die Rune der Begegnung, man sieht es hier ganz schlecht, hier ist die Ewas, ne, also, ähm, sie hätte vielleicht auch gern, dass er sie anschaut, weil auf der Ewas, ähm, begegnet man sich und die beiden sind zwar zusammen, aber sie begegnen sich nicht. Das ist das Problem, ne. Ja, und in dieser Beziehung, äh, geht es jetzt mit dem Wagen, mit Freier, der Göttin, der Liebe, vorwärts. Also diese Beziehung verändert sich und jetzt kommt's. Wenn hier die Bereitschaft nicht da ist, etwas zu opfern und damit meine ich jetzt nichts Negatives, also das Opfer ist jetzt nichts Negatives, sondern das Opfer ist in dem Fall, dass man hier Verantwortung füreinander übernimmt, ne, dann bewegt sich diese Liebe in den Stillstand. Und zwar ZZ ziemlich zügig, weil Freier schwingt schon die Peitsche, ne, die macht ihren Mietzekatzen hier schon Beine, ne. Und, ähm, es ist ja so, wir haben ja hier den Riesen Mimier, auch Mime genannt, und der hütet ja die Quelle der Weisheit. Und manchmal muss man halt auch in der Stille feststellen, wenn man, wenn man im All-Eins-Sein ist, ja. Manchmal muss man, äh, all-Ein feststellen, was man an dem anderen hat, um ihn schätzen zu können. Und wenn hier die Bereitschaft nicht da ist, dass jeder etwas gibt, ne, also das, was hier ist, da schaut, das soll, ähm, Odins Auge darstellen. Weil Odin hat, also dem Odin war das, was er wollte, sogar ein Auge wert. Der wollte es halt wirklich. Und was wollte er in dem Fall? Er wollte aus der Quelle der Weisheit trinken. Und Mime hat natürlich gesagt, also Moment mal, also hier, das läuft hier nett aus meinem Wasser, gell? Also wir machen es so, du lässt mir ein Auge dar, und dann kriegst du einen Schluck. Ja, und dann hat er das gemacht. Und da hat Mime sich gedacht, Aldo Faldo, das ist doch kein normaler Mensch. Das muss ein Gott sein. Und seitdem waren es ja die besten Freunde. Aber es geht hier einfach darum, was die Karte eigentlich sagt. Wenn die beiden hier nicht den Wert erkennen, was sie aneinander haben, und wenn nicht jeder etwas dazu gibt, sprich, wenn es einseitig bleibt, ja, dass nur Iduna, hier hinten, hatata, schau, ich bin da, ich gebe dir Liebe, und hier ist noch ein goldes Äppelchen, ein goldes Äppelchen, hatatata, und er sitzt da und dichtet vor sich hin. Wenn der Hahn kräht, auf dem Mist, verändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist, das bringt keinen weiter. Die schauen sich nicht an. Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Jetzt dürfen beide erkennen, hier muss was dazu getan werden. Und zwar beidseitig. In Beziehung zu gehen, bedeutet auch immer, jeder gibt was. So, da sind wir wieder bei dem Holz und dem Lagerfeuer. Die Geschichte kennt ihr ja schon. Rune, Isar. Die Isar kann eine Brücke sein oder ein Stillstand. Also hier ist im Endeffekt, hier sind die Würfel noch nicht gefallen. Das ist jetzt auch situationsabhängig. Also für die einen im Kollektiv wird diese Chance ergriffen, dass man jetzt hier was verändert, und für die anderen wird die Lady abrauschen. Weil Iduna, die Göttin der Jugend, die ist logofloggig, die faggelt nett lang. Die lässt auch nichts anbrennen. Das muss ich schon mal gleich dazu sagen. So, was machst denn du hier? Ja, du hast dich in den Narren gelegt und das ist der Gott der Fruchtbarkeit frei. Und mit dem Narren ist alles möglich. Also es kann sein, dass für dich im Moment alles ziemlich chaotisch ist und unstrukturiert. Du bist aber hier aufgebrochen. Du bist bereit, Neues zu entdecken. Das könnte auch wirklich noch bezeichnen, dass du hier in so einem Loslöseprozess bist. Du bist bereit, Neues zu entdecken. Hast dir auch deine Wildsau mitgenommen? Das ist kein Witz. Das ist der Ebo Gulenborsti. Und das ist ja, also der wurde ja durch die Zwerge erschaffen. Und wer den hat, der wird nie in Dunkelheit sein, weil das ist ein goldener Ebo. Ja doch, der ist auch hier, der sieht auch hier golden aus. Das ist ein goldener Ebo. Und wenn es dunkel wird, leuchtet der. Ist schon fast ein bisschen süß, gell? So ein kleines Leuchtschwein. Das hätten wir doch alle gerne zum Gassi gehen, gell? Ja, also du bist hier in der Aufbruchsstimmung und du bist hier auch offen für Neues. Die Null ist der Urknall, aus dem alles Neue entsteht. Ja, das ist so. Also hier die Iduna, die hat jetzt langsam vielleicht keinen Bock mehr, hier den angebeteten Bragi zu motivieren. Schau, wie schön ich bin. Schau. Ich muss dichten, hold the mind. Denn zum Dichten habe ich Zeit. So, und er jetzt hier, wie steht er zu der Situation? Liegt er im Herrscher? Da kann es natürlich auch sein, dass er durchaus nachdenkt. Also zum einen, das habe ich ja eben schon gesagt, ist er natürlich sich seiner Sache sehr sicher, was dich betrifft. Er weiß ganz genau oder denkt er, denkt er, er denkt, er hat dich ja fixiert, du bist sicher. Sitzt er so ziemlich selbstgefällig. Aber der Herrscher steht auch dafür, Verantwortung zu übernehmen. Und genau darum geht es ja, ging es ja eben schon in dem Lennyblatt, dass das ganz einfach ein Zutun beider Seiten nötig ist. Es geht hier um die Verantwortung. Da hätte ich jetzt mal gerne eine Klärungskarte drauf. Wird er denn hier Verantwortung übernehmen? Oder ist er mehr so selbstgefällig und ist sich seiner Sache sehr sicher? Oh, der Stern. Also da würde ich sagen, der kriegt hier die Kurve, der wird in die Verantwortung gehen. Weil wir haben hier den Meeresgott Njörd, der sich hier dem größten Monster der Weltmeere stellt, nämlich der Midgard-Schlange Vyörmungandr. Die hat ja irgendwann Odinmar in die Weltmeere geschleudert, also noch ganz klein und harmlos war. Die Midgard-Schlange ist ja eins der Kinder Lokis und die ist ja, das ist ja nicht nur so ein bisschen eine Schlange, also hier so eine so eine kleine dumme Schlange halt, ihr wisst schon eine ehemalige Eschten, sondern also das hier ist wirklich, das ist das Muttertier. Aller Nachkommen. Ja. Und Njörd hat sich ihr gestellt. Und hier oben haben wir den hellen Stern. und hier geht es darum, also zu vertrauen. Hier leuchtet ein heller Stern am Himmel und er stellt sich hier den Dingen. Also jetzt könnten wir das so ableiten. Er, ne, als Tor hier drin liegend, stellt sich den Dingen. Er stellt sich den Dingen. Er geht in die Verantwortung. Ne. Er hat hier etwas entgegenzusetzen, egal wie stark der Gegner ist. Aber mit dem Stern am Firmament geht es gut aus. Ne. Man könnte hier sagen, Njörd folgt dem hellen Stern. Da ist auch die Hoffnung da mit diesem Leitstern und der Glaube an sich selbst. und ähm, also bei mir kommt hier rein, bevor hier die Schotten dicht sind und es haben duster ist, kommt er gerade noch so vielleicht in die Pötte. So, wo führt denn das Ganze hin? Ach du lieber Heiland. Das haben wir, ach du, ach, was haben wir hier für Karten heute gekriegt? Jetzt muss ich, das muss ich mal kurz für mich sagen lassen. Wo führt das Ganze hin? So, das muss ich mal kurz sagen lassen. Also, wir haben hier zum einen den Turm. Jetzt ist es ja so, dass dein Gegenüber, haben wir ja eben gesagt, er lebt ja in einer Lebenslüge. Ähm, er hat, nach außen kann er unglaublich viel darstellen. Das ist ihm auch ganz wichtig, weil das macht ihn stark. Ne. Und jetzt geht es aber darum, sich seiner größten Angst, dem größten Monster überhaupt zu stellen und das ist Fafnir. Ne. Fafnir, ähm, ist der, 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 äh, fürchterlichste Trage in der nordischen Mythologie und jetzt kommt's, das ist genau der Trage, der von Siegfried, also von Siggi, bezwungen wird. Ne. Und der ist sowas von sicher, weil der hat hier auf der Stirn, hat er, äh, den Helm des Schreckens, so heißt dieses Symbol Egges Jalmor. Das ist im Übrigen auch hier hinten auf der Rückseite der Karten. So. Und, ähm, ähm, der hat ja hier eine riesen Feuerenergie, also es ist ein Feuerdrache und hier fallen ja zwei Personen und alles steht in Flammen. So. Und sich diesem Monster zu stellen, sich dieser, diese Angst, also diesen, 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 diesem Schrecken oder diesem, ähm, mir fehlt gerade das richtige Wort, sich zu stellen, da braucht man ja, weiß Gott, Heldenmut, ne. Also zum Glück haben wir unsere Schnecke Siegfried genannt. Yes, das ne. Der hat so, Jetzt stellt euch mal vor, so eine kleine Schnecke, äh, stellt sich hier dem großen Drachen. Oh Gott, ich hab Kopfkino an. Ja, es ist auf jeden Fall so, ne Angst ist immer nur so groß, wie man sie werden lässt, weil tatsächlich ist der Fafnir, Drache, ursprünglich ein Zwerg. Also das ist ein verwandelter Zwerg, der sich in Drachen gewandelt hat. Und das ist jetzt das, was für die Situation ansteht. Und ich hab auch ganz stark das Gefühl, das ist sein Thema. Rune ist im Übrigen Feufeuer, so, das ist schon klar, ne. So, was haben wir jetzt hier noch? Jetzt haben wir hier noch die Schwert 7. Das ist also für mich in diesem Deck eine ganz krasse Karte. Weil, ähm, hier lauert ja einer, ne. Und der hat ja hier schon ein Schwert im Anschlag. Und der hat hier auch die Rune, die eigentlich sagt, bleib hier in deiner Mitte. Und auch hier ist eigentlich eine Rune, die ein Gleichgewicht herstellt. Ich würde mal sagen, es könnte auch eine Sowilo-Energie sein. Also das ist eine Rune, die mir so nicht bekannt ist. Aber hier haben wir die Inguas und die, die Gebo, ne. Die Gebo steht ja für das Gleichgewicht und die Inguas für einen reifen Prozess. Es geht hier vielleicht auch darum, sich im Griff zu haben, ne. Weil hier kommen zwei und das, was er hier plant, ist ein Überfall. Also es kann auch sein, dass hier eine Energie im Anmarsch ist, die euch beide überwältigen wird. Die noch im Verborgenen liegt und die es dann, ja, zu lösen gibt. Es kann aber auch sein, dass das ihnen bevorsteht, aber hier laufen halt zwei. Also das ist schon ganz schön was, was da im Anmarsch ist. Da hätte ich jetzt auch gerne noch mal eine Klärungskarte drauf. Also worum geht's denn hier überhaupt? Das würde ich mal gerne wissen. Also worum geht's denn hier? Ich begebe mich in die Tiefe Oat. Hier wird was geschehen, was geschehen soll. Es geht um Schicksal. Wir haben hier die drei Normen. Das Rad des Schicksals. Hier steht also etwas bevor. Eine Energie, die dich überraschen wird. Sagen wir es doch mal so. Das muss ja jetzt nicht so ein Riesendrama sein. Hier kommt eine überraschende Reifeprüfung. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts fällt das hier über einen, ja, und man darf sich hier seiner größten Angst dem größten Dämon stellen. Da würde ich jetzt gerne wissen, also das soll wohl passieren. Es liegt auf dem Weg. Was kann man tun, um diesen Drachen zu besiegen? Das will ich jetzt wissen. Ganz wichtig. Oh. Noch stärker sein. Ich komme hier gerade so ein bisschen vor wie bei Godzilla. Also wir haben jetzt hier den Riesen Umyr. Das ist der Urriese. Und das ist das erste Wesen, was hier existiert hat. Und zwar ist das entstanden in der Schlucht Gnungagab, wo das ätzende Eis von Niflheim auf das, ja, auf die heißesten Feuer von Muspelheim getroffen ist. Und durch das Gemenge von Feuer und Eis ist eben dieses Wesen entstanden. Und der wiederum, also aus Umyr wiederum, sind alle Riesen entstanden und auch dann im weiteren Verlauf die ersten Götter. Und es war dann aber so, dass dieser Umyr, der musste lahmgelegt werden, weil es hätte so nicht weitergehen können. Weil sonst die Götter, die in der Minderheit waren, gegen die vielen Riesen keine Chance gehabt hätten. Also musste das diese Quelle, diese Ursprungsquelle wieder lahmgelegt werden. Und es war dann Odin und seine Brüder Wille und Weh, die ihn dann überwältigt haben. Und aus dem Riesen Umyr, auch Jemir genannt, wurde dann die Welt erschaffen. Es wurde die Welt erschaffen, zum Beispiel das Himmelszelt aus seiner Schädeldecke und da wurden ja dann, ich muss da immer drüber lachen, diese vier Zwerge drunter gestellt, Nordri, Ostri, Nisutri und Vestri, die halten den Himmel und sein Gehirn wurde an den Himmel geworfen, das sind dann die Wolken geworden und, 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 und. Sein Blut, die Weltmeere und so ist halt die Welt entstanden. So, jetzt war ja hier die Frage, wie kannst du dich also diesen Drachen stellen? So, mit einer noch stärkeren Kraft im Endeffekt. Also im Endeffekt ruft die Welt auf, dass man hier ganz einfach die Kräfte bündeln soll und, ähm, sich vielleicht der eigenen Urkraft bewusst werden soll. Im Endeffekt hat man diese Kraft, wenn man sie braucht. Also, ähm, ich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch über unglaubliche Kräfte verfügt, wenn er die wirklich loslässt. wenn, wenn, äh, jetzt mal ganz theatralisch dargestellt, wenn unser Leben von etwas abhängt, ne, dann hast du Kräfte, die würdest du sonst niemals freisetzen. Ich hätte aber gerne noch eine Klärungskarte, also wir sollen hier quasi mit, ähm, mit dem Riesen, mit der Urkraft, dem Urriesen, ne, also der, der Urriesen hilft uns dabei, das ist die Urkraft in uns selbst, die soll also freigesetzt werden und noch. Aha, dann haben wir hier die zwei der Münzen und wenn die freigesetzt ist, dann ist wieder neues Gleichgewicht möglich und dann kommen hier auf einmal ganz wundervolle Aussichten mit der drei der Stäbe. Also, es ist so, hier steht eine Prüfung bevor für diese Beziehung, entweder kann die dein Gegenüber betreffen oder dich oder euch beide. Ich vermute aber, es hat im weitesten Sinne was mit einer Herdeprüfung dein Gegenüber betreffend zu tun. Das ist mein Gefühl. Das Ganze soll so sein. Diese Energie, die wird ihn überraschen. Er rechnet nicht damit mit dieser Prüfung. Er wird diese Prüfung meistern, wenn er sich seiner eigenen Urkraft bewusst wird. Also, wenn er im Endeffekt dieser Kraft die Stirn bietet. Also, so ist er ebenbürdig. Und wenn man bedenkt, dass Pfaffen hier eigentlich ein Zwerg ist, da kann er eigentlich mit einem weghusten. Also könnte er. Und wenn er das geschafft hat, dann ist zwischen euch beiden ein völlig neues Gleichgewicht möglich. Schaut mal, da ist eine Begegnung möglich. Deswegen bin ich mir so sicher, dass diese Prüfung dein Gegenüber betrifft. Die betrifft ihn. Das ist sein Auftrag. Er muss sich hier seinen Ängsten stellen. Er muss hier eine größere Kraft aufbringen. Er muss eine größere Kraft aufbringen, weil er wird hier überrascht werden. So. Und wenn er das geschafft hat, und wenn er sich dieser Sache gestellt hat und da gemeistert hat, dann könnt ihr beide in ein neues Gleichgewicht kommen. Dann könnt ihr euch begegnen und endlich mal vernünftig über alles reden. Und dann hat eure Beziehung wundervolle Aussichten. Hier haben wir auch noch die Rune Tiwas. Dann gibt es neue Ziele. Und dann hat man hier auch die große Chance, das Beste zu erwarten. Hier haben wir auch die Raido. Die beiden hören hier auf den Schlag ihres Herzens. Sie sind wieder im Rhythmus, im Gleichgewicht, im Takt und hören auf den Schlag ihres Herzens. Hier ist eine total gelöste Stimmung. Und dann haben sie sich noch so ein armes Kaninchen gegrillt. Ach Gott. Hätten sie nicht eine Möhre da aufspießen können? Naja gut. So. Also es geht am Ende gut aus, wenn dein Gegenüber meistert. Also Fazit ist, aus Lenny und Tarot rausgezogen, ist es wirklich so, dass du hier auf einem guten Weg bist, dich so freigeschwommen zu haben, dass du einfach denkst, oh ich bin hier in einem völlig neuen Gewässer und hier ist gerade so eine schöne warme Stelle. Ich schwimme weiter und zack ist die Lady weggeschwommen. Während er in so einem Strudel anfängt und klubbert ab, ja, also ihm schwimmen nicht die Felle davon, sondern die wunderschönen langen Beine und der Astralkörper seiner Herzdame, da muss er aufpassen. Und er hat hier eine Chance zu lösen, es ist jetzt wirklich an ihm, weil ein Opfer müssen hier beide bringen, ja, aber eben beide, nicht nur du, auch er. Ja, und hier steht eine Prüfung an, hier steht eine Prüfung an, aus dem Nichts wird ihn hier eine Energie konfrontieren, die ihm so richtig einheizt und der er seine Urkraft entgegensetzen muss, sonst packt er es nicht, aber wenn er das tut, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch völlig neu zu begegnen und ein neues Gleichgewicht zu finden und dann habt ihr hier die Chance auf richtig gute Aussichten, ne, also dann habt ihr hier wirklich eine gute Aussicht, dass das Gute kommt, dann darf das Gute auch kommen, dann ist man bereit für das Gute, was für einen schon längst bereit gehalten wird, sagen wir es mal so. Ja, ihr Lieben, das war die Dorfkneipe für heute, Junge, 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 wie soll ich das bloß nennen, jetzt sind wir schon bei 1,22, ich muss jetzt hier Schluss machen, ich freue mich über eure lieben Kommentare, ich hoffe, ich konnte euch bereichern, ich bin gespannt, wer damit in Resonanz geht und ich freue mich über jedes Abo, was ihr mir da lasst, über jedes liebe Wort und ja, überhaupt, dass ihr da seid, ihr wisst schon und ich schneie auch wieder rein, muss nur mal gucken, wann ich das schaffe, es könnte unter Umständen tatsächlich Montag werden, es könnte Montag werden, also macht was draus, lasst es euch gut gehen und noch besser, bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Junanda TV.